Was soll das? Ihr steht unter Arrest für die Ermordung von Susanna aus dem Haus Kerzenstein und Frieger Schmetterschild und allen anderen. Wir haben eure Machenschaften durchschaut, ihr Feigling. Hat die ganze Stadt den Verstand verloren? Ich selbst habe versucht, den Mörder mithilfe von Zeichendeutung und Prophetie zu finden. Verabschiedet euch von den Blutwerpen, Zauberer. Schafft ihn mir aus den Augen. Jawohl! Tut mir leid, aber ich muss euch bitten, mitzukommen. Das ist noch nicht vorbei, your life. Untertitelung des ZDF, 2020